Unterwegs, sich rückwärts an einem Gelände oder einen dünnen Baum positionieren, festhalten und den ganzen Körper kerzengeraden nach vorne bringen. Die Fersen sind nah an dem Gelände oder an dem Baum. Nun die Sitzbeinhöcke einfach loslassen, nach hinten, auch die Puppacken loslassen, nach hinten und diese Sitzbeinhöcke ganz zart zueinander schielen lassen, aus dem Sitzbeinhöcke unseren Papayannetz, unseren ganzen gesamten Beckenboden nach oben ausdehnen und jetzt gleichzeitig mit diesem aktiven Becken die Fersen nach unten versinken lassen, zum Boden hinein, die ganze Wirbelsäule streckt sich in die Gegenrichtung, auch das Kopfgelenk öffnet sich in Richtung Himmel und diese Zug gegen Zug Aufspannung beibehalten. Zweimal wiederholen, erneut die Sitzbeinhöcke loslassen nach hinten, Sitzbeinhöcke leicht zueinander und dann diese Zug gegen Zug Spannung am Körper so richtig aktivieren. Spüren wie der Bauch, die Tali und der Rücken auch mitmachen, gehen zum Körper hin und strecken sich lang. Mit diesem aktiven Muskeln nun wieder zurück, die Arme loslassen, spüren welche Muskeln euch halten, spüren, dass der Körper sich noch länger anfühlt und leichter anfühlt und dann den restlichen Tag geniessen. Bis bald, ihr Lieben!